Hallo Leute, heute geht es um PimpMyAnalytics. Wie kann ich meine Analytics verbessern, um noch mehr Nutzen rauszuziehen, als ich es eh schon mache. Hallo Leute, heute geht es um PimpMyAnalytics. Lasst uns loslegen. So Leute, Frank von Oetker Digital hat uns, also er ist Digital Analytics Manager da, hat uns eine Frage geschickt und zwar möchte er wissen, wie man die Analytics Installation pimpen kann, um noch mehr Aussagen über das User Verhalten rauszuziehen. Das ist eine super wichtige Frage, Frank. Ich glaube, grundsätzlich, das müssten manche da draußen wissen, leider ist es nicht für alle so, ist es leider so, dass sehr, sehr viele Leute Analytics installieren, damit denken, dass der Job gemacht ist und dann guckt im schlimmsten Fall nicht mal mehr jemand rein, aber wenn die Leute noch reinschauen, dann denken sie, ja, das ist eben alles, was ich aus Analytics rausziehen kann. Stimmt in den meisten Fällen aber nicht. Also ich würde sagen, 95% der Kunden, mit denen wir anfangen zusammenzuarbeiten, denen fehlt noch mindestens eine super wichtige Einstellung in Analytics, um noch besser ihre Nutzer und ihre Zahlen zu verstehen, die letztendlich drin sind. Man kann unglaublich viel noch rausholen. Ich gehe erstmal davon aus, dass die gängigen Sachen alle drin sind. Also Universal Analytics sind eingebaut. Ich habe Referral ausgeschlossen. Das heißt, meine Zahlungsmethoden tauchen nicht, wie PayPal zum Beispiel, in den Referrals auf. Auch die eigene Seite nicht, wenn sie nicht dahin gehört, weil sie von einer anderen Subdomain möglicherweise hin verlinkt. Ich habe den Bot-Traffic auch ausgeschlossen. Super wichtig, klar. Der hat ja nichts drin zu suchen. Verfälscht euch komplett die Conversion Rate für manche Channels vielleicht auch, wenn er falsch getaggt ist. Und ja, wie kann ich von da weitermachen? Also wenn ich eine cleane Installation habe, wenn ich die Sachen rausgefiltert habe, die nicht drin sein sollen, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, erstens, Side-Search anschalten ist wahrscheinlich das kleinste Problem, aber trotzdem super wichtig. Funktioniert nicht mit allen Webseiten-Suchmaschinen. Das wird immer wieder ein bisschen ein Problem geben. Ein Problem ist vielleicht ein bisschen viel, aber ihr müsst es ein bisschen anpassen, damit es so funktioniert, wie ihr es gerne hättet. Das kann euch super viel bringen. Ihr könnt herausfinden, was Leute auf eurer Webseite suchen, wenn sie das Suchfeld benutzen. Das kann euch helfen, Produktgruppen herauszufinden, die möglicherweise viel zu tief in eurer Seite versteckt sind und auf einer Ebene deutlich höher aufgebaut sein sollten, weil Leute Interesse daran haben und sie schneller kaufen würden, wenn sie sie früher sehen würden. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht entdeckt, dass Leute ein Produkt erwarten, das ihr gar nicht im Sortiment habt. Ich rede viel über E-Commerce jetzt in dem Fall. Das liegt daran, weil 90% unserer Kunden aus dem E-Commerce-Bereich kommen. Die Beispiele sind die, die ich gerade im Moment im Kopf habe, aber ihr könnt sie übertragen. Wenn ihr einen Blog habt oder irgendwas in der Richtung oder eine Content-Plattform, auch da könnt ihr sehen, was für Themen Leute interessieren. Das nächste wäre, definitiv auch mit Content-Grouping zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt euren Content besser clustern. Oft ist es so, dass es Menschen nicht wirklich interessiert, gehe ich auf die eine Kategorie oder die andere. Es ist für mich viel wichtiger zu wissen, bin ich auf eine Kategorie-Seite gegangen oder ist der User auf eine Kategorie-Seite gegangen. Genau das könnt ihr mit Content-Grouping machen. Also ihr könnt nicht nur die Themenfelder abstecken. Das heißt, wenn sich euer Shop zum Beispiel in drei große Segmente unterteilt, ich weiß es nicht, Außenfarbe, Innenfarbe und Feuchtraumfarbe. Und ihr habt zu allem unterschiedliche Kategorie-Seiten, Produktseiten und unterschiedliche Nutzer, weil die nicht alle genau das gleiche Produkt kaufen und nicht alle überlappen in den Schnittmengen. Dann könnt ihr so sehr gut den Traffic eingrenzen, um zu sagen, okay, wie haben sie sich denn genau bewegt? Sind sie von einer der Außenfarben-Kategorie-Seiten dann immer auf eine Produktseite? Haben sie alle auf der Homepage angefangen? Wie genau fließt dieser Nutzerfluss über die Seite? Und gibt es eben auch diese Schnittmengen, dass Menschen aus dem einen Bereich in den anderen rübergehen, weil sie falsch eingestiegen sind, weil sie möglicherweise aber auch einfach über Cross-Selling rübergezogen worden sind und du dann ganz genau nachvollziehen kannst, wie dieser Fluss funktioniert? Super wichtig, Content-Grouping solltet ihr auf jeden Fall machen. Dazu, klar, auch wichtig, hätte ich wahrscheinlich direkt am Anfang bringen sollen, weil es bei so vielen Leuten noch vergessen wird. Alles, was ihr macht, solltet ihr mit UTM-Parametern taggen. Also jede Marketingaktivität, jede Kampagne und zwar so präzise, dass ihr spätestens in drei Monaten auch noch wisst, was das Ganze hieß, als ihr es eingetragen habt. Nur dann habt ihr die Chance, wenn ihr rückblickend euch ein komplettes Jahr anschaut oder mehrere Kampagnen vergleichen wollt, auch die Zahlen in Analytics wirklich miteinander zu vergleichen. Ich glaube, es gibt unglaublich viel Aufschluss darüber, wie sich Nutzer verändern, wenn sie aus anderen Kanälen oder aus anderen Kampagnen kommen. Erwartungen und Bezug, wenn ihr Menschen mit einem Angebot auf eine Webseite loggt und sie dann dazu bringt, das Angebot zu kaufen, sind es möglicherweise deutlich andere User als die, die ihr über die Suchmaschine bekommt, die sich schon für euer Thema begeistern oder auf AdWords klicken oder ihr E-Mail-Newsletter habt. Klar, das sind im Regelfall sogar schon Kunden, die sind ja ganz anders drauf, als jemand, der kalt zu dem Thema stößt. Was dann noch wichtig ist, hauptsächlich fürs E-Commerce, ist Enhanced E-Commerce. Also das ist einfach ein Feature, das nicht standardmäßig aktiviert ist, das auch ein bisschen Zeit braucht, um es einzubauen, um es richtig einzubauen mit allen Funktionen, gibt euch aber deutlich mehr Power, um zu verstehen, wie eure Webseite genutzt wird, wie eure Kunden shoppen, wie sie den Checkout benutzen. Also Shopping Behavior ist ein Punkt in Analytics, der super wichtig ist. Wenn ihr ihn einsehen könnt, könnt ihr euch genau anschauen, wie viele Leute hatte ich auf der Seite, wie viele Leute davon haben sich ein Produkt angeschaut, wie viele Leute davon haben ein Produkt in das Card gelegt, wie viele haben ein Checkout gestartet, wie viele sind am Schluss zu einer Transaktion gelangt. Das ist normalerweise nicht drin, aber unerlässlich. Genauso Checkout Behavior ist auch drin. Habt ihr mehrere Schritte im Checkout und es ist kein One-Step-Checkout, dann interessiert es euch bestimmt, an welchem Schritt die meisten Leute abspringen. Wo gibt es denn Probleme? Ist es so, dass sie bis zur Zahlungsart durchmarschiert sind, ohne festzustellen, oh, ich kann hier gar nicht mit PayPal kaufen und dann den Checkout verlassen. Möglichkeit da wirklich nachzulegen, um zu sagen, okay, warum bouncen die auf der Zahlungsartenseite? Da müsste man sicher noch ein anderes Tool mit einsetzen, aber um eben diese Indizien zu finden, super gut geeignet. Es gibt noch ein paar sophisticated Features, was das in Hans E-Commerce angeht, Product List Performance und so weiter und so fort, wo ihr dann noch Möglichkeiten habt zu vergleichen, wo wird ein Produkt bei mir auf der Webseite angezeigt und wo auf der Webseite hat es tatsächlich den größten Impact. Wenn ihr zwei Toaster habt und einen auf der Homepage in eurem Top-Seller-Widget anzeigt und einmal auf der Listing-Seite für Haushaltsgeräte und ich habe die Möglichkeit zu vergleichen, welche der beiden Positionen funktioniert besser, dann ergibt es möglicherweise für mich einen großen Sinn, zu verstehen, wie User auf diese Seite gekommen sind. Haben die sich vorher noch gar nicht was durchlesen müssen, um alle meine Toaster zu sehen? Oder ist es so, dass ich vielleicht vergleichen möchte, welche Position in meinem Listing, welchen Impact darauf hat, wie viele Leute die Detailseite dieses Produkt sehen? Oft ist es nämlich so, dass die Position fast genauso eine große Rolle spielt, wie das Produkt selber, das angezeigt wird. Product List Performance, mega starke Report. Was dann noch zwei Sachen sind, die ich immer einbauen würde, wenn ich könnte, ist einmal Event Tracking. Super powerful, gibt euch Aussagen, wenn ihr es richtig einbaut über Dinge, die Google Analytics sonst einfach nicht messen kann. Bestes Beispiel, ihr habt einen Blog, wo ihr sehr, sehr tief führende Artikel habt und anschließend eine hohe Bounce Rate und ihr wundert euch, an was es liegen kann. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass die Leute eure Seite gelesen haben und danach gebounced sind, weil der Artikel absolut ihre Frage beantwortet hat. Analytics wertet natürlich, aber wenn keine weitere Interaktion kommt, das Ganze als ein Bounce. Wenn ihr aber Scroll-Tiefe über Event Tracking messt oder auch ein Video, das auf der Seite eingebettet ist, plötzlich tracken könnt, wie weit es angeschaut worden ist, habt ihr eine komplett andere Vorstellung davon, wie Leute mit euren Inhalten interagieren, mit eurem Content interagieren. Und das ist eigentlich das, wo es dann wirklich interessant wird. Wenn sie nämlich interagieren, wenn sich jemand das Video tatsächlich für sieben, acht, neun Minuten anschaut, sollte der möglicherweise in eine Retargeting-Kampagne reinfallen, um wieder zurückgeholt zu werden, weil Interesse ist ja da. Oder soll ich ihm am Ende des Videos vielleicht ein Pop-Up anzeigen? Ich weiß, Pop-Ups mag immer keiner, aber ich habe ja in einer anderen Folge schon mal gemeint, funktionieren tun sie trotzdem. Super, super wichtig. Und das zweite, für mich eigentlich das spannendste Thema in Deutschland, leider eines der schwierigsten, weil datenschutzrechtlich immer noch eine Grauzone, User-ID-View, also Cross-Device-Tracking auch für Google Analytics. Das stärkste Feature, das aktuell meiner Meinung nach der Facebook-Business-Manager für Advertising mit sich bringt, ist, dass sie über Geräte hinweg wissen, ich bin die gleiche Person. Google kann mit der User-ID-View das Gleiche. Ich kann quasi rausfinden, wie die gleiche Person mit unterschiedlichen Devices meine Webseite benutzt. Das bedeutet, habe ich jemanden, der einen kurzen Research auf dem Telefon macht, dann komme ich abends zu Hause nach der Arbeit und denke mir, okay, ich habe ein paar Infos schon gefunden, aber viele kaufen gerade größere Produkte, die jetzt keine Impulskäufe sind, ja doch noch lieber an größeren Geräten, wo man den Inhalt noch ein bisschen besser aufgreifen kann. Und ich setze mich an meinen Desktop und ich schaue mir das nochmal an, mache keinen Research mehr, aber gucke mir das Produkt in einem Shop, in dem ich schon sehr günstig gefunden habe, detailliert an. Dann bin ich ohne User-ID-View eine neue Session. Bin ich aber nicht. Ich bin eigentlich die gleiche Session auf einem anderen Gerät. Und da gibt es auch nochmal unglaublich viel Potenzial, um einfach besser zu verstehen, was Menschen auf meiner Seite machen, wenn ich wirklich weiß, es hat ja nicht jeder nur ein Gerät, sondern wir haben multiple Geräte. Hector, du hast doch auch Handy, Tablet, Desktop, ganz normal. Das haben doch die meisten. Vielleicht Tablet nicht, aber Handy und Desktop, ich glaube, das sind die beiden ganz normalen. Müsst ihr euch anschauen, ansonsten wisst ihr nicht wirklich, was los ist. Wie gesagt, aber datenschutzrechtlich bitte nochmal bei euch mit den Datenschutzbeauftragten abstimmen und dann sollte auch das kein Problem sein. Ich hoffe, ich habe die Frage für dich ordnungsgemäß beantwortet, Frank. Wenn nicht, schieße bitte nochmal nach. Dann musst du sie noch ein bisschen differenzierter stellen, dann kann ich auch nochmal in die Tiefe gehen. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen rund um Marketing, Online-Analytics, Conversion-Rate-Optimierung, egal was es sein sollte, haben sollt, packt es in die Comments, Daumen nach oben für das Video und subscriben. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal.